Und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer, liebe Leute. Es geht wieder weiter. In der heutigen Folge wollen wir endlich mal ins Eisgebiet vordringen, denn wir haben im letzten Part ja die Angel bekommen, also den Ohrring von Prinz Rales. Heißt der Rales? Ich glaub schon. Ähm, genau. Mit dieser Angel haben wir eine Dunstforelle gefangen, haben den Geruch der Dunstforelle aufgenommen und können nun endlich durch den Schneesturm im Gebirge durchlaufen. Und dabei natürlich auch noch viele, viele schöne Items, Gegenstände, Geisterseelen mitnehmen. Äh, denn dort gibt es gar viele. Also wirklich richtig viele. Denn, äh, ja. Ihr werdet sehen, wir werden da sicherlich... Boah. Ich denke mal, 10 Geisterseelen Minimum. Vielleicht auch 15. Aber fehlen trotzdem immer noch ganz schön viele, ne? Wir haben aktuell erst 35. Absorbiert. So, zack. Einmal hier runter, bitte. Ah, wir wollten uns eigentlich nochmal heilen. Wir sind aktuell ein bisschen schwach auf der Brust. Ich hoffe, wir kommen mit denen ein paar Herzchen hier durch den Schneesturm. Guck mal, hier kriegen wir nochmal ein bisschen was. Okay. Ich glaube, das sollte genügen. Aber hier, die Kisten nehmen wir auch noch mit. Jo. Sicher ist sicher. Ansonsten haben wir ja nur Lampenöl. Okay, komm. Muss reichen. Lauf durch den Schneesturm. Ist auch gerade Nacht geworden, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, bedeutet, die Geisterseelen müssten jetzt überall rumlungern. Und ich gönne mir erstmal einen Schluck Kaffee. So. Genau, da ist der Geruch der Dunstforelle. Dem müssen wir jetzt folgen. Ich mach mal kurz. Ich glaube, es ist noch nicht Nacht, oder? Irgendwie passiert doch aktuell da nicht viel. Äh, hallo? Ist Tag oder Nacht? Tageszeit. Nein, nicht teleportieren. Tageszeit ändern. Okay, vielleicht kann ich die Tageszeit auch nicht ändern. Ah ja, shit happens. Wir laufen einfach mal der Dunstforelle nach. Sobald wir einmal durch... Oh Gott. Ah, ah. Sobald wir einmal durch sind, ist glaube ich sowieso egal. Dann brauchen wir das auch sowieso nicht mehr. Aber es scheint mir... Man braucht nun einmal den Geruch haben. An sich nur den Geruch haben. Und dann hat der Stehsturm an sich auch schon nachgelassen, oder? Weil ich glaube normalerweise... ...hätten wir jetzt schon Probleme. Okay, egal. Komm. Ich ignorier die Wölfe einfach. Später nehmen wir das alles ein bisschen ernster, glaube ich. Ich will jetzt erstmal hier durchlaufen. Oh Gott. Dü, dü, dü. Okay. Ich höre auf jeden Fall einen Geist. Da unten. Komm her. Okay. Nummer 36 ist am Start mit... Okay, der hat eine offizielle Geisterseele. Nummer 36 hat Geisterseele Nummer 35. Interessant. Ich habe jetzt schon gesehen, da hinten ist auf jeden Fall auch eine. Wart. So, ich weiß, es geht da lang. Ist es klug, einen anderen Weg einzuschlagen? Ich glaube nicht, ne? Am Anfang sollte man das nicht machen. Wir müssen, glaube ich, wirklich erstmal strikt dem Geruch folgen. Sonst kriegen wir halt einen, äh, Reset. Ich glaube, hier kann man sich reinbuddeln. Ja. Und da ist auch eine Geisterseele irgendwo. Oh Gott. Hallo Nummer 37. Und da geht das wieder los mit dem Geld. Menno. Okay. Wir buddeln uns mal kurz hier rein. Und hoffen mal aufs Beste. Ich glaube, hier gibt es auch wieder Geisterseelen. Jawohl. Aua. Hallo. Take it. Die Frostbeißer. Jetzt aber. Meine Güte. Los, Link. Jo, das wäre das. Und da klebt auf jeden Fall irgendein Schleim auch an der Decke, glaube ich. Lass mal kurz den machen. Lampe. Lass mal bitte auffüllen. Ich weiß, es ist ein bisschen Verschwendung, aber hey. Ja, guck mal. Hier ist nämlich jetzt... Da ist er. Jawohl. Wir haben ihn. Du hättest echtes Schleimgelee. Dadurch werden alle Herzen wiederhergestellt. Außerdem steigt kurzfristig deine Angriffskraft. Sehr schönes Item. Aber sonst ist hier gar nichts. Wir kriegen... Nicht mal eine Schatzkiste. Einfach nur... Jo. Das ist ja ein bisschen traurig. Echtes Schleimgelee. Hm. Ne, warte, warte. Ich will... Ich will das hier weg haben. So. Ne, ansonsten ist hier nichts, ne? Menno. Schade. Geister, Seelen, Schätze. Nix da. Echtes Schleimgelee. Okay. Ja. Heilt uns. Angriffskraft hoch. Etc. Aber... Hm. Da drüben haben wir ja nix am Baum, ne? Ne. Okay. Jetzt sieht mir das tatsächlich ganz schön hell aus hier. Guck mal, da unten ist noch eine Geisterseele. Komme ich da hin? Wir versuchen es mal. Da ist auf jeden Fall auch wieder ein Ort zum Graben. Und da ist die Nummer 38 mit... Nimm ein Herzteil. Jo, das nehmen wir doch gerne. Noch ein neuer Container. Und wir sind wieder voll aufgeladen. So. Okay. Weiter geht's. Auch ein gefährlicher Ort. Ohne... Morgenstern könnte man den, glaube ich, noch gar nicht bestehen. Glaub ich. Das war gut. Oh Gott. Weg hier. So. Oh, du hast direkt die Schatzkiste. Und krieg ich noch was, wenn ich die alle töte? Zack. Und du, mein Freund, bist das letzte Stück. Gibt's da nochmal extra was? Nö. Alles für diese Schatzkiste. Schade. Hab mal einen kleinen Schlüssel für den Schattenpalast. Und damit haben wir auch... Ah ne, ich dachte, wir haben gerade alles. Aber nein, da fehlt noch einer. Wir müssen halt den Wüstentempel abschließen, ne? Und dann hätten wir halt komplett, glaube ich, fast den ganzen Schattenpalast. Könnten wir machen. Wäre halt auch geil. Gibt's auch nochmal einige Schätze zu holen. Na ja. Langsam aber sicher näheren wir uns einem guten Punkt im Game. Wo wir viele Schlüssel haben. Ich meine, wir haben jetzt noch ganz... Ganzen, äh... Snowpeak vor uns. So. Das wäre jetzt auch abgeschlossen. Ich glaube, wir haben jetzt auch erstmal nichts weiter mehr zu tun. Außer der Spur zu folgen. Oder? Nein! Ach, Link. Boah, es ist aber auch echt undurchsichtig. So. Auf ein neues. Okay, hier geht's wieder hoch. Hier war mal ja schon, ne? Ja. Ja, ja, ja. Hier war mal schon. Hier bin ich dann vorher nochmal runtergesprungen. Genau. Aber hier war ja jetzt nichts weiter, ne? Hier nicht... Lichtet sich auch langsam der Nebel. Vielleicht haben wir Glück. Hier können wir nämlich auch nochmal buddeln. Hey, wie cool. Einfach so voller Geheimnisse. So, ich weiß jetzt nicht. Kann ich hier jetzt die Tageszeit ändern? Ändert das irgendwas an irgendwas? Ja, es wird dunkel. Aber... Nö, ne? So richtig. Okay, wir gehen mal hier rein. Ich glaube, irgendwo war halt auch nochmal so eine Höhle. Da waren viele Geisterseelen drin, ne? Hier war es nicht. Hier war es nicht. Oder gibt es hier irgendwo noch einen versteckten Schatz? Irgendwo versteckten Schleim an der Decke? Nö, 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 nö. Das war es hier, ne? Wow. Welch prächtige Höhle. Ach, Mann. Ich wusste gar nicht mehr, dass es so viele sinnlose Höhlen gibt in Twilight Princess. Also ich dachte so zwei oder so. Ja, aber... War da drüben noch die Möglichkeit reinzupuddeln? Ne. Oder war ich gerade wieder in derselben Höhle drin? Hä? Oh, ich war gerade... Hä? Ach, ich Idiot. Ich war in derselben Höhle drin. Ich bin ja super schlau. Wahnsinn. Richtiger Sherlock. Sorry, Leute. Das war dieselbe Höhle... Oh Gott, was ist denn jetzt? Das war dieselbe Höhle wie eben. Du, mein Bruch. So, ähm, jo. Weiter geht's. Ah, stimmt. Wir haben ja da oben noch so eine Statue. Die hat beim letzten Randomizer nicht funktioniert. Mal gucken, ob sie jetzt funktioniert. Äh, äh, äh. So. Schauen wir mal. Ob wir einen Wolf bekommen. Theoretisch fehlt noch der Vorschloss Hyrule. Darauf erstmal Schluck Kaffee. Okay. Okay, na dann, Wolfi. Gibt's denn irgendwo was Schönes? Ne. Der hat beim letzten Mal halt auch nicht funktioniert. Ich weiß aber nicht, warum. Vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, warum das nicht funktioniert. Beim letzten Mal war das halt auch so. Oder ich muss erst wieder irgendwas in der Story triggern. Aber ich glaube eigentlich, der ging gar nicht. Na egal. Merken wir uns mal und versuchen es später nochmal. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall auch ein paar Abschnitte. Hier gibt's auch Geisterseelen. Sehr, sehr viele Geisterseelen. War nicht in jeder von diesen Eisdingern eine Geisterseele drin? Ne, da war eine Lampe. Und hier war die Geisterseele. So. Zack. Und Nummer 39 ist am Start. Mit Bomben. Hey. Wir lieben Bomben. Okay, dann zünden wir hier nochmal kurz mit der Fackel, mit der Lampe, die Fackeln an. Gibt's dafür was? Ja, klar gibt's dafür was. Geilo. Noch einen schönen Schatz eingesackt nebenbei. Wo sind denn die ganzen Geisterseelen noch? Okay, in Schloss Heimuth gibt's glaube ich auch Geisterseelen. Ah, sehr schön. Ja, sehr schön. Eine Kellerassel. Na, wo bist du? Wo bist du? So. Einmal hier hoch, bitte. Zack. Ja, ansonsten war hier auch nix weiter. Okay. Ja, jetzt kommen erst mal ein paar Gegner, ne? Sofern ich mich erinnere. Jawohl. Dann haben wir nämlich hier schönen Teleporter hoch. Aber auch nur drei Stück. Oh Gott. So. Das wär's. Fabelhaft. So. Und jetzt können wir uns jederzeit schön hier hoch teleportieren. Ja, jetzt sind die Mauer noch mit. Und der Dicke, der steht jetzt gar nicht hier oben, ne? Der ist ja schon unten, theoretisch. Ähm. Ja. Na dann. Wir müssen ja eigentlich nur unten ankommen. Ist halt auch einfach... Das ist sowas... Sowas richtig Geiles im Spiel, weißt du? Das ist so die geilste Challenge mit. So lustig. Miao. Das hat immer Spaß gemacht früher. Hier schön mit dem Snowboard langfahren. Und die Frau einfach, die ist der Endgegner. Die ist so schnell. Ne, eigentlich ging's immer. So. Hier muss man ja mal so versuchen, auf den Bäumen lang. Wie viel Geld du da auch bekommen kannst. Einfach, wenn du mal richtig hüpfst, ne? Da hast du schon 75 Rubine. Einfach, weil du richtig gesprungen bist. So. Ich probier hier gleich mal die Abkürzung. Dass du da auch nochmal richtig Kohle bekommen. Das Problem war, die Frau nimmt auch die Abkürzung. Ja, das war immer so ein bisschen problematisch. So. Und wir werden dann gleich mal da oben auf den Berg noch drauf stapfeln. Denn da gibt's noch eine Geisterseele und Laub sogar ein Loch, oder? Also zum Reinbuddeln. Ich glaub, das gab's auch noch. So, wunderbar. Das lief doch gar nicht schlecht. So, machen wir gleich mal den Wolf. Und gehen nochmal auf den Berg rauf. Ja, und in der, ähm, Ruine selber gibt's halt auch nochmal viele Geisterseelen. Ich erinnere mich da an viele Ritterrüstungen, wo Geisterseelen drauf waren. Okay. Ein Loch gibt's, glaub ich, nicht, aber hat eine Geisterseele. Die nehmen wir jetzt gerne mit. Nummer 40. Ah, geil. Jawohl, endlich das Upgrade. Schön. Wir haben eine Verstärkung bekommen. Das ist auch gut für den ersten, oder für den Dungeon, dass wir dann nochmal ein bisschen stärker geworden sind. Auch wenn wir für den Dungeon das Schwert nicht wirklich brauchen. Aber für die zukünftigen nehmen wir das sehr gerne mit. So. Fabelhaft. Und dann rein da mit uns. Ach, schön. Sehr, sehr schön, Leute. Wir haben ordentlich was. Äh. Ach, das ist die die noble Musik, ne, vom Maru-Markt. Ja, wenn wir in den Maru-Markt reingehen, in Haihu-Stadt, und der ist halt noch so nobel, und, und, ne, wir haben den quasi noch nicht abbezahlt. Also der Maru-Markt ist da noch nicht drin, der vorher hier ist aber wahrscheinlich auch anders. Dann, ähm, kommt diese Musik. Hört sich so ein bisschen an wie Prinzessin Peach. Dü, 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 dü. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, beim nächsten Mal wieder einschalten zum Twilight Princess Randomizer. Dann geht's hier weiter in den Schneeruinen. Tschüssi. Juhi. 1. 2. 3. 13. 16.